Also dann mach's gut. Jetzt zu der Adresse, wo die Privatparty läuft. Okay. Du willst richtig Gas geben, hm? Das hast du dir verdient, Baby. Wir können jetzt zum Club fahren. Party time. Hier ist es. Komischer Ort für ne Party. Hier ist niemand. Das ist die Adresse, die sie mir gegeben hat. Okay. Und wo ist die Party? Zack, die Adresse, wo die Party stattfinden soll, ist falsch. Philippe? Philippe, kannst du mich hören? Kannst du mich hören? Ich... Hallo? Na toll, hier ist kein Netz. Super.